Stephanie Poff hier. Eines der Dinge, die ich regelmäßig tue, ist einfach, den Heiligen Geist zu fragen, in was für einer Zeit ich mich oder auch wir uns befinden. Die Bibel sagt uns, dass es wichtig ist, dass wir lernen, die Zeiten zu verstehen. Und deswegen möchte ich in diesem Video ein Wort posten, quasi, für den Monat Oktober. Und du sagst vielleicht, wo steht denn, dass man von Gott Worte bekommt für den Monat jeweils. Es ist einfach nur so ein Social Media Ding, das zu posten. Aber ganz ehrlich, eines der Dinge, die ich einfach erlebe, ist, dass Gott es liebt, wenn wir ihn um etwas bitten. Er liebt es, zu uns zu sprechen. Und er liebt es, uns durch sein Reden, durch sein Wort einfach Sicherheit zu geben. Aber er liebt es auch, uns einzuladen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich erlebe ich das immer wieder so, dass Gott mir auch für den jeweils aktuellen Monat mir ein Reden schenkt, damit ich mit ihm zusammenarbeiten kann. Und ich erlebe das selber als sehr powerful. Es gibt meinem Leben irgendwie Stabilität. Aber so nutze ich auch ganz konkret jede Woche, jeden Monat, um mit Gott vorwärts zu gehen. Okay, und deswegen auch dieses Video, ein Video für den Oktober, wenn du denn so willst. Was ich von Gott gehört habe, war, dass dies eine Zeit ist, der in Übereinstimmung kommen und des Sich-Entfaltens. Im Englischen heißt es Alignment and Unfolding. Was bedeutet das? Zu was lädt uns Gott hier ein? Gott ruft dich in einem tieferen Maß hinein, in Übereinstimmung mit dem zu kommen, was er tut. Wie geht es ganz praktisch? Ganz praktisch schaut es so aus, dass du tagtäglich tatsächlich dich dem aussetzt, dass du einfach von ihm hörst, was du in seinem Wort findest und auch einfach dein Herz darauf ausrichtest, was er tut. Ja, wir haben oft eigentlich, wenn wir danach suchen, ein Reden Gottes für unsere Situation, für unser Leben. Ja, du hast dir vielleicht Dinge aufgeschrieben. Und wenn Gott Dinge spricht, manches Mal ist es eine Predigt, die wir hören oder ein Video. Wenn Gott durch solche Sachen zu uns spricht, dann ist es immer eine Einladung, dass wir etwas damit tun, dass wir anfangen damit zu arbeiten, das mit in unseren Alltag zu nehmen, darüber nachzudenken und auch darüber zu beten, das immer wieder freizusetzen für unser Leben. Und dieses Wort Unfolding, dass Gott sagt, in dieser Zeit entfalten sich Dinge, da empfinde ich eine ganz große Herausforderung drin. Wir haben die letzten Monate oft Worte von Gott gehört, dass Dinge zum Abschluss kommen, dass wir ihm Dinge abgeben dürfen, Dinge aus der alten Zeit, dem alten Weinschlauch und er uns Neues gibt für den neuen Weinschlauch. Und so sind wir durch diese Zeiten des Austausches gegangen, des Loslassens und des Freiwerdens. Und das ist auch eine wunderbare und ganz reale Sache. Aber jetzt und hier im Neuen, wenn du so willst, ist es unheimlich schwierig zu sehen, was kommt. Und wir können noch nicht sehen, was in der Zukunft liegt, aber Gott lädt uns ein, das auszuhalten und dabei zuzuschauen, wie es sich entfaltet. Und hier kommt die Herausforderung. Wenn wir nicht achtsam sind, können wir diese Dinge kaputt machen, indem wir sagen, ja was ist denn jetzt da? Da ist doch gar nichts oder nichts hat sich geändert oder die Herausforderungen bestehen immer noch. Aber hier kommt einfach die Dynamik oder auch die Wahrheit Gottes ins Spiel, dass wenn er spricht, dann geschieht es. Aber zuallererst entfaltet sich das in der geistlichen Dimension unseres Lebens. Und durch unseren Glaube, durch unser Vertrauen, durch das, was wir damit tun, entfaltet es sich hinein auch in das sichtbare Leben. Und das kannst du auf dein eigenes Leben beziehen oder auch global gesprochen, ja auf ein Land bezogen. Gott ist dabei, Dinge zu offenbaren. Dinge sind dabei, sich zu entfalten und zu etablieren. Und wir werden, wir werden die Frucht davon sehen. Aber es ist jetzt für uns die Zeit wirklich in Übereinstimmung immer wieder mit dem zu kommen, was Gott gesprochen hat und was er spricht. Und das auszuhalten, dabei zuzuschauen, wie Dinge sich langsam entfalten, noch nicht wirklich sichtbar sind. Vielleicht ist nur eine Ahnung davon da. Aber das ist das, wo der Heilige Geist dich hineinruft. Und eine andere Sache ist mir so ganz wichtig geworden vom Heiligen Geist. Das ist diese Bibelstelle aus Lukas 19, wo Jesus ein Gleichnis erzählt. Er spricht zu den Leuten, wo er genau merkt, Mensch, die haben verstanden. Da ist etwas in Gange. Ja, der König kommt. Es geht um das Königreich Gottes und um diese Erwartung, dass jetzt etwas geschieht. Und er spricht zu ihnen in einem Gleichnis, in dem er Dinge austeilt. Und er sagt dann diesen einen Vers, den ich so prägnant finde, Nehmt in Besitz, bis ich komme. Dieses englische Wort Occupy heißt in Besitz nehmen oder das Land besetzen. Das ist eigentlich eine militärische Ausdrucksweise. Ausdrucksweise, wenn eine Armee einmarschiert und etwas in Besitz nimmt. Ein Land besetzt. Ja, das Land erobert. Und Jesus fordert uns auf. Auch wenn wir diese Zeit betrachten und die Dunkelheit sehen. Und das, was alles an Negativen geschieht. Auch im Politischen und weltweit und überhaupt und sowieso. Ja, mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, Jo, na, das ist so schlimm, was geschieht. Und die Dunkelheit nimmt zu. Und Jesus kommt bald wieder und holt die Braut. Und ich glaube einfach, dass das nicht richtig ist. Ja, es ist richtig, dass wir sehen, was geschieht. Aber dass wir hier nicht sitzen bleiben oder uns zurücklehnen und sagen, Oh Jesus, komm du bald und hol uns hier weg. Sondern dass wir aufstehen. So wie Jesus das gesagt hat. Und das Land in Besitz nehmen. Es gibt noch etwas für uns zu tun, liebe Leute. Ja, ich glaube, ein Landbesetzer zu sein bedeutet, ich muss intelligent sein. Ich muss nutzen, was ich habe. Ich muss etwas einnehmen. Eine andere Übersetzung sagt, treibt Handel. Macht etwas daraus, bis ich komme. Wenn Jesus wiederkommt, dann möchte er wissen, was wir unternommen haben. Und zwar bis zu dem Moment seiner Wiederkunft. Und wir dürfen nicht in diese Falle treten, einfach nur überwältigt zu sein, zu sagen, Ich kann ja nichts tun. Es ist alles so schlimm. Und wer bin ich schon? Nein. Gott ruft uns, dass wir aufstehen. Jeder an seinem Platz. Jeder an seiner Stelle. Und dass wir herausfinden, finden, was wir tun können, bis Jesus wiederkommt. Ja, Jesus kündigt seine Wiederkunft an. Das ist richtig. Und wir sollen darauf warten. Wir sollen sie herbeisehen. Und wir sollen bereit sein. Aber von Gottes Perspektive aus gesehen, hat bereit zu sein, etwas damit zu tun, inwieweit wir das nutzen, was Gott uns anvertraut hat. Gott hat dir Dinge gegeben, damit du etwas tust. Was ist das, was Gott dir anvertraut hat? Gott ruft dich, in dieser Welt Salz und Licht zu sein, einen Unterschied zu machen, rauszugehen, dafür zu sorgen, dass Menschen von Jesus hören und dass sie ihn erleben. Menschen in die Begegnung mit Gott zu bringen, die Gaben des Heiligen Geistes zu nutzen, um dieser Welt da draußen zu demonstrieren, dass es ein übernatürliches Königreich gibt. Das ist unser Auftrag, unsere Botschaft, unsere Message. Und hier müssen wir uns echt aufmachen. Hier müssen wir uns selber vielleicht einen Schubs geben und sagen, Gott, was ist der Auftrag, den du mir gegeben hast? Ja, jemand hat mal gesagt, Identität bedeutet, geistliche Autorität zu verstehen und zu leben. Wir alle sehnen uns nach Identität. Oder vielleicht ist das ein Thema, an dem du arbeitest in deinem Leben, zu sagen, ja Mensch, Mensch, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes und du bemühst dich, ein heiles Herz zu bekommen und Gott den Vater zu erkennen. Und das ist alles so richtig und so wichtig. Aber ganz ehrlich, Identität bedeutet vor allem eins, zu verstehen, welche Autorität mir Jesus gegeben hat und sie zu nehmen und etwas damit zu tun. jemand, jemand, der versteht, wer er ist und was er hat und was er kann, der wird etwas tun, um ein Erbe zu hinterlassen. Und darum geht's. Du und ich, Gott ruft uns hinein in die größeren Dinge und wir befinden uns nach wie vor in einem offenen Fenster, in einem offenen, geistlichen, himmlischen Zeitfenster. Und es mag sich manchmal so anfühlen, wie, wie dass du zwischen den Fronten irgendwie stehst. Du bist zwischen die Fronten geraten. Ja, du fühlst es, du erlebst es, aber gleichzeitig sehe ich einfach, wie Gott nicht die Fronten sieht, sondern für Gott bist du einfach im Zentrum. Sein Blick ist auf dich gerichtet. Er sieht dich. Er stärkt dich. Und er ruft dich hinein. Er ruft seine Gemeinde hinein in ihre vergessene Identität. Und das ist ein Bild, das Gott mir vor kurzem gezeigt hat. Das fand ich so stark. Wenn Gott die Gemeinde ansieht, die Gemeinde Jesu, dann schaut er auf einen Riesen, der im Moment noch zusammengekauert auf dem Boden liegt. Ja, der Feind hat die Gemeinde Jesu in den letzten Jahrhunderten in vielerlei Art und Weise gewissermaßen in die Knie gezwungen. Aber das ändert nichts an der Tat, dass die Gemeinde Jesu ein Riese ist. Und Gott ruft seine Gemeinde hinein in diese Bestimmung. Gott ruft dem Riesen zu, sich endlich zu erheben, zu erwachen, seinen Platz einzunehmen. Und dieser Riese, er wird gewaltig sein und er wird den Feind des Fürchten lehren. Die Gemeinde ist nicht schwach und kraftlos. Sie muss hineinfinden, in ihre vergessene Identität sich erheben, hineintreten in das, was Gott bereits für sie bereitgestellt hat. Und dann geht es nicht nur rund, sondern dann werden wir diese Welt bereit machen für die Wiederkunft von Jesus. Das sind wir noch nicht. Aber die Zeit drängt und die Zeit ist jetzt. Und das ist etwas, was Gott einfach hineinspricht, in diesen Monat, in diese Zeit und mit Sicherheit auch darüber hinaus. Und du kannst dieses Wort nehmen im Detail und anfangen damit zu arbeiten, für dich selber, dich hinein zu versetzen in dieses Bild und anzufangen, Dinge über dir zu prophezeien, ins Leben zu rufen und loszugehen. Der Heilige Geist ist mit dir. Er liebt es, wenn du ihn beim Wort nimmst. Und er tut es. Er bringt das in dir hervor. Und ich bete an dieser Stelle wirklich, dass Gott dir einen tiefen Hunger schenkt, danach wirklich in Identität und Autorität endlich aufzustehen und dein Land in Besitz zu nehmen. Ich segne dich damit. Bis denn. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!